wer da ist es an die es hält mich auf das neue sekunden auch ein bienchen ich bin der europäische alle wollen die ich will der hummel kriegt jeder ein bienchen der jetzt ein neoshinsky die luftjagd oder was oder special wagen ich gebe das jetzt einfach aus mehr wollen wer machte sich auf der zieht aber zu müssen sich lohnt sich voll und es hätte dann nochmals lieben auch es nehmen kann weil ich erst 1000 zu hätte würde ich mal auf sparen sind sie da wieder investieren da kannst du mir sagen muss sie gehen wie man für die letzte magazin also wie viel die letzte magazin größe beim rieber dringend wie fließt die schluss über 8 da hat auch keine ahnung von irgendwas allo also die sind viel zu weit weg ist es wie lang momentchen mal ich will eine andere station im moment unterdärkshandler bei der station der brotten stecken ich treffe und hier nix zu präsenten an der städte zu kommen hat hat auch es wird auch kuchen ich komme nicht dazu das ist verfressen da wir sind die gleiche stück gekommen ist dazu wenn man das hat zu finden wenn ich die Kugel das war er halt nicht nur durch die Gerechen dato unverschämter ich werde mal vor dass eine Aufnahme Verstehe ja gar nicht, ansonsten kann ich euch ja jederzeit kicken, dürft ihr nicht einfach so aufnehmen. Cool. Ach du Scheiße. Aber weißt du was, die Skyter hole ich mir ab. Ich will jetzt mal ein Gesprächsthema anschneiden. Okay. Nein, du bist raus. Ich habe ja vorhin gerade eingeloggt. Ich wünsche euch auch einen schönen Tag. Ach, jetzt verpüßt er sich wieder. Jetzt sind wir wieder die Dreckslöcher. Wer ist denn wirklich da? Jaja, schon klar. Ich glaube, das wird noch ein bisschen Ärger geben. Hallo? Hallo. Ja, Markus. Ich habe mich gerade beschwert, dass ich einen schönen Tag noch gesagt habe, dass der Reflees Spruch. Also. Ne, könnte auch gute Nacht sagen. Ja, das kommt um die Uhrzeit schlecht. Die läuft ja immer noch, gell? Ja, ja, kommt um die Uhrzeit oder schlechte, was sagt, äh, gedacht. Ja, gut. Kann auch noch. Ich kann mich jetzt nicht hinlegen, ich muss noch Bauch aufstellen, helfen. Bauch aufstellen? Baum. Maibaum aufstellen. Ja, pass auf, das sind die Antenne Bayern nicht klaut. Ha, ne, du bist ja gar nicht in Bayern. Ich wollte gerade sagen, das sind die Antenne Bayern. Wir haben jetzt gerade ein bisschen, ähm, aufgenommen. Ja. In anderen zu sagen. Wir haben so ein bisschen hart getrollt. So, ungefragt, nachgefragt, so ähnlich. Ja, wir haben ja nie gesagt, dass wir nicht aufnehmen werden. Ja eben, wir haben nicht gesagt. Wir haben, Dark hat sehr verneid, was wir nicht aufnehmen. Ja genau, Dark hat gesagt, wir nehmen nicht auf. Das ist ja indirekt Dark schuld. Ja eben, indirekt, na, nicht indirekt, also. Ja doch, ziemlich direkt eigentlich. Ich sage, ja gut, das ist die nächste Folge, dann kann ich ja sagen, die nenne ich Dark ist schuld. Damit man das klärt hat. Achso, ja, okay, macht das. Und ich gehe mal wieder hinter Misha in Deckung, weil Misha ist dieser nette Repsandy von Orif, der mich hier heilt, weil ich hat auch einen Schaden bekommen. Das finde ich voll cool von der Misha. Ich bin bei C. Von dem Misha, ich weiß es nicht. Doch, Misha. Ich muss den gegnerischen McRider zerstört. Er brennt, er brennt. Ohl, ich hab ihn! Ohl, 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 ohl. Ohl, Level 8, kein Wunder. Und es war auch noch ein Double Kill. Scheiße! Ich habe schon so viele Panzer ausgeschaltet, das ist voll cool. Ich bin so oft gestorben schon, dass es nicht mehr cool ist. Ja, das ist echt nicht mehr cool, wenn du immer stirbst. Möchtest du uns halt abonnieren? Vielleicht in der Folge mal was anderes zeigen, als dass du stirbst. Ja, ich bin schon siebenmal gestorben in die letzten zwölf Minuten. Achter Scheiße. Und wieder ein Lightning gesprengt. Ah, hat jemand die Uhrzeit? Nein. 16.08 Uhr. Ja, gut, was. Kann nur. Oh, ich werde gerettet. Ich werde gerettet. Komm schon, Misha. Misha hat sich dann lebt. Die Armee ist wieder da, die. Oh, ich hole mir an die Panzermax. Juhu, gepunkte. Weg, weg, weg. Mein Platz. Digga, weh, da mit dem Sander ran. Die ist ja schon die ganze Zeit da. Die war doch nie weg. Ja, die ist auf der anderen Seite jetzt. Das? Da sind die hinter mir. Ja, die sind bei mir. Wo bist du? Sanderrug Assist Kill. Jawohl. Wo bist du? Auf der anderen Seite der Station. Harasser Kill. Ach so, ich dachte noch weiter Station, oder? Au, 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 jetzt bekomme ich den Rücken geschossen. Das ist nicht gut. Ich brauche Reparatur. Ja, ich werde die ganze Zeit von Misha. Jetzt schau, das ist ja die Priorität. Ja, nein, jetzt bin ich tot. Und darum ein bisschen näher bei mir als bei dir, aber trotzdem sind das die Priorität. Fuck, man. Jetzt brauchen wir Sanderrug. Jetzt haben wir natürlich keinen Sanderrug. Ich muss jetzt nicht scheiß gegnerische Wechsel endlich sprengen. Die fackt mich jetzt ab. Sanderrug. 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 Hebe mich auf. Was were einfach? Eine Sekunde! Nein, soll das für die Next getötet werden und jetzt ja nicht ihren Ingi. Das soll euch erschießen hier nicht so. Ja, ich finde auch, dass das alles so idiotisch ist. Nehör, nehör, nehör. Nehör, nehör. Nehör, nehör, nehör. Nehör. Nehör, nehör! Nehör. 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 gibt aus der Städte die wir tot das Land am 10 Uhr jahre und sitzen mit es ist gar nicht so ein Markes ist er gleich da der Welt statt für uns wieder ich bin er ich sage er durfte wieder für uns das ist die Arten die die besten ist es warum bin ich an Feier gefällt das nicht wie lange lebst du in deinem Sandi eigentlich ein Lightning okay und der ist eine Kampfsau ich hab noch Bock auf das Fest ab Scheiß welches Fest also Mai Baum gedöhnt von unserem Verein aus geh halt nicht hin doch ich muss ne musst doch nicht doch müssen von doch nä nein was er kurz hat da muss man manchmal muss man auch haben weil diese Scheiß Laserbeambacks ich habe ja gut er ist überhaupt der Becks oder das ist da auch jemand mit Paketenlärchen ich weiß nicht auf jeden Fall schenkt er wir haben dauernd gute alte er kommt eine Erwärtsung er hat er sich ja auch gut ein ich hab keinen Panzer ich hab auch nicht ich habe einen Panzer mp drauf du schießt mit der Pistole auf den Herr Rösser Gangster du brennst ein bisschen nein ich bin aber ab zu walken oh du bist tot mach schnell den Panzer frei mach ihn frei ja da steht ich kann ja nicht so lange ich tot bin jetzt wollen kann sie ja reparieren und beschützen weil ich kann ja direkt daneben wie das geworden nein mach frei ich kann doch nicht mal spawnen wie soll ich ihn frei machen jetzt bin ich gespawnt jetzt bin ich auch schon wieder selber hier dann lasst mich doch rein dass ich schießen kann weil ich werde jetzt auch alles feucht wird war es eher frei machen können aber nein beim Panzer die Pläne wenn ich jetzt da nicht hingekommen wäre ok dann hättest du vielleicht bekommen aber ich bin halb Meter daneben gespawnt aber es war auch mehr Glück über die Base aber hier ist irgendwo einer ich battle mich mit dem Wackrider aber ich habe mich gespawnt ich habe mich gespawnt direkt in den befinden der Wackrider ist irgendwo einer da war einer hat gerade auch richtig geballert ne ich weiß nicht wo der ist das ist das Problem von oben irgendwo der fährt schon wieder zu den Rapsland hinter dir hinter dir hinter dir die Rapsland die fahrt jetzt schon wieder alle runter gemestert nice naja ich bin tot ja und Teamplay danke du verlierst B ich weiß und 10 3 äh 3 10 du bist tot oh man jetzt kommt natürlich auch noch der Maggie wo ich die ganzen Infanteristen losgeworden bin und diese scheiß Reparatursandys kommt der Wackrider wieder ja ich sehe das ist doch das ist doch alles in Abfahrt jetzt habe ich hier vier Wappsandys was bloß ein McRider bloß ein Harasser jetzt glaube ich dann ist gleich vorbei boah man das ist doch Telefon Telefon das ist ja nicht der Mist auf ne äh wessen Telefon ist das meins nicht meins ist lautlos das ist voll der coole Sound meins ist auch nicht meins ist nämlich auch lautlos meins ist ein bisschen verkratzt aber wir sind verkratzt ich habe einen von den Rappsandys ausgeschaltet also es ist ausgeschaltet vier fünf Schüsse so cool bin ich aber jetzt bin ich auch dauernd nein jetzt habe ich einen neuen geholt ja warte Channel Group Changed what? also nicht arbeiten mit mir auch weil die Channel Group wurde wieder gechanged und ich habe Backrider gesprungen